Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Das Gerücht um Julian Ngoi vom KAS Eupen ist ja nicht wirklich neu, aber es ist auf einmal wieder da. Denn Fakt ist, der 24-jährige Stürmer ist in seiner Ablose frei zu haben. Sein Vertrag bei Eupen läuft aus und somit ist er natürlich auch durchaus interessant für alle Teams, die einen spannenden Stürmer suchen. Und natürlich gehören auch wir dazu, denn Interesse an Ngoi haben mehrere bägische Klubs, aber eben auch tückische Vereine, wie auch aus Deutschland Schalke, Werder und der HSV. Inwiefern das jetzt einfach nur aufgewehen wird, das Gerücht, weil gestern gab es die ersten neun Meldungen rund um eben Julian Ngoi ist natürlich die große Frage oder ob man jetzt eben einer Entscheidung näher kommt. Was im Fall unabhängig vom Namen Ngoi klar ist, ist, dass er genau der Stürmertyp ist, den Schalke sicherlich haben möchte. Er ist gut am Ball, kann mit dem Ball auch durchaus im Dribbling was anfangen, bringt ein sehr, sehr gutes Tempo mit, aber auch eine gewisse Physis. Und für mich deswegen auch genau der Typ Stürmer, den wir von drin brauchen. Sprich, ein anderer Typ als Simon Tirodde kann neben ihm spielen, kann als Ergänzung funktionieren, den kannst du immer reinschmeißen, hat eine sehr, sehr gute Ausdauer, ackert sehr, sehr viel. Und deswegen ist für mich Ngoi genau der gesuchte Stürmertyp. Inwiefern jetzt noch einmal, da jetzt was dran ist aus der Quelle aus Belgien, inwiefern wir jetzt vielleicht auch der Interessent sind, der vielleicht die besten Chancen sind, ist natürlich noch eine ganz, ganz andere Frage. Aber die letzte Saison da wirklich gut gespielt. Fünf Tore gemacht, drei vorbereitet, kann offensiv nicht nur Stürmer, sondern auch auf den Flügeln spielen und wäre somit sicherlich ein sehr, sehr guter Kandidat. Und über den kann man sicherlich noch ein bisschen diskutieren. Außer natürlich, es gibt mal eine Entscheidung und wenn er zu Schalke kommen würde, würde ich mich auf jeden Fall nicht ärgern. Ganz im Gegenteil, weil er eben wirklich ein sehr, sehr spannender Spieler ist. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.